Hallo, ich bin Silvia Jodert. Ich arbeite im Projekt Digitale Inventarisierung des Altonaer Museums. Aus unserer Riesensammlung von über zwei Millionen Objekten haben wir für euch eine kleine, aber feine Auswahl an Dioramen aus der Sammlung von Jürgen Glanz zusammengestellt. Bei den Dioramen handelt es sich um dreidimensionale Kuckkasten-ähnliche Materialbilder. Schon vor der Erfindung der Fotografie und des Films experimentierte man mit Licht und Schatten oder perspektivischen Tricks. Unsere Zusammenstellung besteht aus Landschaften und Stadtansichten, welche mit Naturmaterialien plastisch nachgebaut wurden und wie kleine Bühnen aussehen. Dargestellt werden touristische Reiseziele, die kleinformatigen Dioramen waren sehr beliebte Reisesouvenirs. Somit vereinen sie zwei neue gesellschaftliche Strömungen im 19. Jahrhundert, das große Interesse an optischen Phänomenen und einer sentimentalen Erinnerungskultur. Ihr seht also, es handelt sich bei den Dioramen um sehr spannende Objekte. Meldet euch gern bei mir, wenn ihr ein Faible für optische Spielereien habt.